Oh, oh nee, oh so doof, so doof. So, meine Lieben, wir sind hier bei Land of Illusion mit Mickey Mouse auf dem Master-System. Wenn er aufgewacht, war er nicht mehr in seinem Haus, aber in einem wunderschönen und gloomischen Stadt. Gosh, it sure seems creepy around here. An evil phantom has stolen the magic crystal that protected everyone in the... ...in the village with the crystal gone, the good magic in this valley has disappeared. In its place, bad magic has changed everything now, rather than being a place of... ...happiness. The valley is full of gloom. Can you help us? Äh, did you say phantom? Das ist schon ein relativ langes Intro für ein Master-System-Spiel, oder? Yes, an evil phantom who lives in a castle in the clouds. A good princess in the North Mountains can tell you the best way to get there. Swell, I'll do my best. And so the story begins. Land of Illusion. Land of Illusion. Land of Illusion. Oh, okay. Ah, okay. Da muss ich wohl einfach nur drüber. Oh. Oh, okay. Wie komme ich denn da wieder raus? Ach so, indem ich mich dann bestimmt daran festhalte, ne? Ja, so muss ich auch da drüber. Okay. Muss man erst mal drauf kommen. Dass man das an einem einen Ort, dass man das umgehen muss und am nächsten Ort das nutzen muss, ist schon clever ausgedacht. Oh, wie komme ich da hoch? Gar nicht. Ja, ne Münze. Oh. Ich kann ihn... Ah. Oh. Ich kann ihn noch nicht mehr. Das muss man, ne? Ich hätte jetzt versteckter Weg sein können. Wie glücklich Micky immer aussieht, oder? Bisschen ekelhaft. Stell dir mal vor, ihr müsst den ganzen Tag vor euch hingrenzen. Kommt euch doch vor wie in einer Psychiatrie, oder? Okay, magisches Parfüm am Ende eingesammelt, oder wie? Oh. Das war nicht so toll. Oh. 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 Ja, super. Hat man doch nicht mal ein bisschen invincible Zeit, nachdem man getroffen worden ist? Wie soll man das denn... Ey. Ist dir blöd? Ist dir blöd? Das eine Mal bleibe ich auf dem Knopf drauf und er bleibt oben am Wasser. Das andere Mal muss ich die ganze Zeit drücken, um wieder hochzukommen. Also, die Mechanik soll aber jemand verstehen. Okay, dass man auf dem Knopf bleiben klappt nur, wenn man oben ist. Ich bin auf dem Knopf dran. Ja, ich habe das kurzes Kino. Ja, ich bin auf dem Knopf dran. Ich bin hier auf dem Knopf dran. Ich bin hier auf dem Knopf dran. Oh, ja, wie soll das denn sonst anders gehen? Ich kann die Klötze da nicht nehmen. Aber ich muss ja wohl offensichtlich da runter. Oder nicht? Ah, okay. Ha, man kann einen Popo-Klatscher machen, wie bei... Wie bei Castle of Illusion. Da muss man erst mal drauf kommen halt. Ja, zeig ich es. Meine Luft, alle. Nein! Och, die Münze verschwindet auch noch nach einer Zeit. Das ist scheiße. Der kommt schon. Ich will ja nicht verrecken. Ja, super. Ich hatte die Wahl zwischen ertrinken und vom Piranha beißen lassen. Wie geil ist das denn? Wahrscheinlich gibt es ja auch wieder nur begrenzt Continuous oder so einen Scherz, ne? Ich kann das Spiel jetzt schon nicht mehr leiden. Mann, was soll das denn? Das ist unspielbar. Wenn du oben an der Wasserfläche schwimmen willst, springst du automatisch. Wenn du springst, tauchst du nach dem Sprung ab. Das ist scheiße. Ja, du musst jetzt erstmal bis nach oben kommen. So, und wenn du Pech hast und du drückst einmal zu oft, dann springst du. Und nachdem du springst, tauchst du natürlich. Und nachdem du springst, tauchst du natürlich. Ich hatte mal den Zähler. Ungefähr nach 5 Sekunden. Ja, okay, sag mal das 7 Sekunden. Mehrzeit ist nicht immer gleich, wenn das kommt. 93. Scheiße, hätte ich jetzt durchschwimmen müssen, ne? Jetzt habe ich gleich wieder dasselbe Problem, dass ich sofort sterbe. Es sei denn, ich gebe jetzt richtig Vollgas. Richtig Vollgas. Na, war es so geschafft. Oh, nee. Ach, geht doch weg. Ja, ich habe das geheime Parfum gefunden. Das Parfum. Das Parfum. Wippe, wippe, wippe! Ja, toll, wie soll ich denn da jetzt noch weiterkommen? Ich kann ja nur eben tot springen jetzt. Ich weiß wohl, was das sein soll, aber... Hä? Wie komme ich denn jetzt weiter? Hä? Ich konnte in die andere Richtung... Ich konnte zurück, aber nicht weiter vorwärts. Wann auch alles keines hinzu, irgendwie... Ich kann das nicht mehr, wie soll ich denn da jetzt noch realisieren? Musik Ja toll, nach oben an die Kiste komm ich gar nicht ran. Oh, ein fliegender Eliott. Ja, super. Aach. Ein Streichhölzchen. Wow, jetzt haben wir drei Energiepunkte. Das ist auch nicht schlecht. Kann man mitarbeiten. Ja. 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 Oh. Fuck. Na ja gut, kann passieren. Kann passieren sowas. Ein Endgegner. Ein Eliott. Was war schon? Hi. Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Ja. The bad magic had me trapped in my own castle. Thanks for setting me free. Your path lies through a tiny cavern up ahead, but in order to enter it, you have to shrink in size. There is a shrinking potion in the castle rooms. Hätte ich auch vorher wissen müssen, dass wenn man drückt, das schneller geht, oder? Now that the fire in my castle has weakened, the water in the lake has risen. You should be able to fight a passage to the rooms from the lake. Okay. Please accept this magic flute. Use it and it will take you back to any place. You have traveled before. Okay. Ja, wie benutze ich denn jetzt auf die Flöte? Da seht ihr, ich kann da nur zurück dann. Wie kann ich denn das Item benutzen? Also muss ich das jetzt hier nochmal machen, weil jetzt das Wasser ja höher ist. Vielleicht muss ich auch da runter. Ein extra Leben. Ach so, bin ich doch gar nicht geschwommen, dass der mich hätte treffen können. Das ist jetzt kacki. Oh man, ich weiß doch nicht, ob ich da oben vielleicht weiterleiten muss. So eine Mickey, die nicht schießen kann, ist scheiße. Ich frage mich, ob das extra Leben jetzt immer da unten ist. Nee. Ach ja, ist klar. Da seht ihr, da oben geht's nämlich auch weiter. Ha! Ha! Was ist hier? Ach so. Ach so. Nee, das ist ja das. Das ist ja die Tür, in die ich vorher nicht rein konnte. Nee. Das war so nicht richtig. Also muss ich doch wieder untertauchen. Oder ich muss da hinten halt weiter. Ich würde aber interessieren, ob jetzt, nachdem ich den Level neu gestartet habe... Och. Ja, lecke mich. Leck mich doch! Nee. Ich wollte gucken, ob da das extra Leben wieder da ist. Aber vielleicht muss ich auch an der Tür vorbei, weiter nach da hinten. Ja, hier ist nämlich nochmal ne Tür. Aber wär das die normale Tür gewesen, wo ich später hingekommen wäre? Also hier ist dieses Magic... Ja, das ist die Tür, wo ich normalerweise sowieso durchgegangen wäre, ne? Oh, ja gut, dass ich ein extra Leben eingesammelt habe. Ja, Eiderbiebsch. Oh, ich bin einfach sprachlos. Ach so, hätte ja auch sein können, dass dadurch, dass das Wasser bestiegen ist... ...hier auch irgendwas anderes erreichbar ist. Aha. Ja gut, das ist natürlich auch nicht schlecht, dass wir jetzt vier Energiepunkte haben. Ach man, ich hab extra aufgehört zu buddeln. Ach, hör doch auf! Ach, hat der zwischendurch keine Luft geholt? Will der mich verarschen? Der... Was ist nicht... Ich versteh das nicht, das Wasser ist doch gestiegen. So, das heißt... Wir können jetzt hier Punkte erreichen, die wir vorher nicht erreichen konnten, alles klar. So, da unten, da wär jetzt hier das extra Leben gewesen. So, hier wären wir normalerweise nach unten gesprungen. Hier kann man aber jetzt nach hier oben. Und dann kann man hier durch die Tür. Aber da ist einfach nur das Level zu Ende. Ich versuche jetzt nochmal hier. Aber hier war ja kein... kein Wasser nix. Da ist mir nicht jetzt schon etwas... hirnlos. Ja, oder ich muss in dem Wasser Level wirklich jeden Stein umwälzen. Anders kann ich mir halt nicht mehr vorstellen. Okay, wie ansioso? Vielleicht kann ich auch noch mal das. Wo soll denn da die Magic Potion sein, verdammte Hacke? Die muss ja irgendwo sein. Das ist das, was ich. Wir wollen doch nur einfach kleiner werden. Das war alles kein Sinn. Ich kann den Level noch und nöcher durchgehen und trotzdem wird da keine Magic Potion auf einmal auftauchen. Hol mal bitte Luft, Niki. Hol mal bitte Luft. Es ist scheißegal, wo lang ich gehe. Your path I threw a tiny cavern up ahead, but in order to enter it, you have to shrink in size. There is a shrinking potion in the castle ruins. Ach so, okay. You should be able to find the... Ach. Oh ne. Ach so doof. So doof. Ach Leute ey. Es tut mir leid. Anya, welche aufgerollt es. Ach so spilled. Ach so. Ach so. Ach. Ach so. Ach. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich wollte mir einen Popo-Platscher auf ihn drauf. Nein! Oh, er ist nicht gut. Tja, und das reicht natürlich nicht. Oh, er ist nicht gut. Ja, solange ich keine zwei Kisten heben kann, bringt mir ja gar nichts, seit ich zurückkomme. Oh, er ist nicht gut. Ich meine, man muss echt sagen, die haben sich echt viel einfallen lassen bei dem Spiel. Man kann nicht sagen, dass die keine Ideen haben. Das ist nicht gut. Ja, ich wollte mich verletzen. Auf dem Punkt das ich verletzen. Nein, ich habe auch, ich habe einfach versucht Ich habe versucht die Kiste kaputt zu werfen. Das war einfach dagegen. Aber anscheinend kann man die Kisten so nicht kaputt werfen. Aber wie komme ich dann gleich da durch? Ich glaube obenrum, so kann ich noch gar nicht springen. Aber ich habe mich ja schon so auf diesem Spiel verschätzt. Ja, ich kann da nicht hoch. Und ich kann auch nicht da die Steine kaputt machen. Und jetzt ist auch noch der, oh, jetzt ist auch noch der Dingens weg. Oh, da gibt es hier irgendeine Mechanik, die ich noch nicht verstanden habe. Das kann doch nicht. Jetzt muss ich erstmal den Schlüssel wiederholen. Oh, da gibt es hier. Oh, da gibt es hier. Also ich verstehe ja schon, ich könnte den Schlüssel benutzen, um oben drüber zu springen. Ich könnte ihn da hinlegen und dann oben drauf. Aber dann sind mir trotzdem die zwei Kisten im Weg. Ach, Moment. Ich bin blöd. Ich bin der Knobelprinz. Da muss man erstmal drauf kommen. Clever. Sehr, sehr clever. Also sehr clever von Disney sich das so überlegt zu haben. Da muss man erstmal drauf kommen. Oh, ein Geister-Emp-Boss. Oh, der braucht schon mehr als drei. Vier. Da ist die Magik Potion. Wooh. Du hast die Magik Potion. While crouching, press the button. One to shrink in size. You return to normal size the same way. Cool. Ich bin Mini Mickey. Mini Mickey. Mini Mickey kann auch den Popo-Klatscher machen. Cool. Oh, da müssen wir jetzt rennen wahrscheinlich. Mh. Warum steckt denn da einer von denen? Wann kann ich nicht klettern? Bei dem Seetang da? Ah. Verstehe. Da werde ich gleich bestimmt wieder zurück rennen müssen. Das sieht nämlich aus, als wäre das im Hintergrund wäre. Oder vielleicht muss ich da ein Hintergrundserum einsammeln. nicht. Ja, wenn ich da später irgendwann lang kann. Oh. Man weiß es nicht. Oh. Nein. Ekelig. Ekelagte Spinnen. Da. Ich wusste es doch. Ha. also wirklich viel haben sie sich einfallen lassen bei dem spiel sehr sehr viel finde ich sehr gut eine stechbiene jetzt kommt er vor, wer mal nicht wartet da 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 Das war's für heute. So mag ich wohl sagen, ja, bitte. Das ist eine Tür, mit der der Luft tankt, aber das finde ich ein bisschen unruhig. Okay, warum ist die Tür hier vorsichtig? Was kann ich jetzt hier tolles machen? Ach, die sind gar nicht durchsichtig, die sind einfach nur im Hintergrund. Doch das ist sowas wie ein Irrgarten, oder wie? Fuck. Ja, war klar, dass als erstes der scheiß Handschuh da oben rauskommt. Ich nehme mal einfach so eine Kugel mit. Kann ja nicht schaden. Ich habe mich schon wirklich da drin gesehen. Ach, scheiße. In den, äh, wie heißt das? Komm, das war ja, das war ja abzusehen. Ah, und da ist die Tür, die in der Luft hängt. Das war ja. Ach, das war ja. Du, einfach mal bitte. Nein, da oben bringt das ja gar nichts. Nee, die muss ich schon wahrscheinlich genau treffen. Ah, okay, verstehe. Mein Gott, echt, also was sie sich hier haben alles einfallen lassen, ist ja mega. Aber so ist Disney nunmal, ne? Mega kreativ. Oh. Och, Mann, ich bin noch mit dem Poppes draufgesprungen. Oh, fuck. Okay, ich muss nur auf den drauf springen, wenn der steht. Oh. Das sieht aus, als wenn Mickey jetzt in Doggy wartet, dass Gofi loslegt. Gruz, I couldn't get away from my... Ich glaube, es ist Gruz soll eher sein. I couldn't get away from my own toys. Thank you for relazing me, Mickey. You'll see a cliff up ahead. If you want to climb it, you'll need to roam. In the... Palace Ruins. Just to say thanks. I shoot off this here. Try cannon. To destroy the boulders, blocking your path. Boom. Tja, ob ich das jetzt schaffe, äh, sehen wir beim nächsten Mal. Ich muss nämlich nämlich jetzt fertig machen. Ich muss nämlich zur Arbeit. Wuuuuh. Mal was Neues. Aber ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Und, äh, das wird auf jeden Fall zu Ende gespielt, das Spiel. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr sehen wollt, wie das Spiel endet. Und, lasst in den Kommentaren zurück, ob ihr das Spiel früher auch gespielt habt oder nicht. Ist ja wirklich auch ein Klassiker. Okay. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ciao. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.